Wiesbadenerinnen und Wiesbadener Aktion Let's Move for a better world. Ich tue das hier im Sports Hub in Wiesbaden, das heißt sich bewegen und für jede Bewegung gibt es am Ende der Aktion eine Spende. Hier in Wiesbaden geht es zum einen an die Aktion BOS, der sich einsetzt für die Orang-Utans im Regenwald und an die Wiesbadener Tafel, hier zur Hälfte. Also Sie sehen, wenn Sie sich die guten Vorsätze des neuen Jahres noch nicht umgesetzt haben, fangen Sie jetzt damit an. Ich habe gehört, das soll sogar in Mainz möglich sein. Also Let's Move for a better world.